Ich mach's mir etwas leichter, tut mir leid, Leute. Hey, dude, komm mit. Okay, bin dabei. Wohin gehen wir? Halt's, Maul, ich muss dich opfern. Okay, kein Problem. Ja, Ruhe. Los, iss den Pilz. Okay, dann ess ich ihn halt. Aber wenigstens haben wir einen schönen Background-Sänger, wie bei den Backstreet Boys. Pick me, Baby, one. Und wieso verwechsle ich jetzt alle möglichen Sänger und Songs? Hit me, Baby, one more time. Klar. Britney Spears und Backstreet Boys. Was war nochmal Backstreet Boys bekanntes Lied? Ja, ja, weißt du was, das ist mir gerade sowas von Latte. Und zwar Latte Macchiato, um genau zu sein. Verfolg mich doch, wenn du kannst. Catch me if you can, nigger. Oh, du, oh, du catchst mich? No, du hast mich nicht. Du hast es falsch gemacht. In front of me. Oh, ja, die hat weggepoundet. Oh, nice, ich poundet dich. Wup, wup, wup. Wup, wup. Wup, 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 wup. I nailed it. I don't nailed it. I don't fucking nailed it. Ich will einen Pilz. Danke. Oh, da ist die Ausgangsröhre, oder? Oh, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Was zum... Jetzt zwei? Dein Ernst? Was? Was? Da ist noch eine Röhre? Okay, er hat mir den Durchgang gesichert, aber ich habe zwei Schlangen gerade an der... Ich habe zwei Schlangen gerade im Arsch. Im Arsch. Am Nacken kleben. Jetzt komm, Pieseldisch. Da ist ein Secret, Luigi. I will die. I will completely die. Ich komme da nie wieder raus, Leute. Wie sollte das auch gehen? Unfairer geht's nicht. I will kill you. Fucking snail. Bringt mir unter Wasser ja so viel. Ich hoffe, ich kriege dir jetzt den Pinguin. Ah nein, da war ja... Ah, nur Sicherheitspilz ist das. Ah, wahlala. Ich würde so lachen, wenn ich jetzt mit dem überleben würde. Ah, das geht ja nicht. Ich überlebe ja nicht mal mit dem. Ah, aber er glitzert so schön, auch im Weicher. Why are you indestructible? Ah, stimmt! Das war ja früher bei Louis... Ah, komm on! I know the background story of that shit. Früher, als man Yoshi's Story gespielt hat, und da gab's auch so einen Gegner. Konnte man ihn... Ah, ist mir gerade wurscht. Latte. Run. Run for your life. Run for it. Fucking run for it. Oh, no. Too, 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 too is too much. Too is too much. Ah, irgendwann werde ich so einen fetten Abdruck auf meiner Stirn haben, dass sie denken, ich bin der Avatar. PB steigt mit Fails ein. Super. Ah, komm. Wo war ich gerade? Ah ja, genau, Yoshi's Story. Damals gab's auch seinen Gegner, und wenn man ihn die ganze Zeit abgeworfen... Äh, abge... An bestimmten Stellen halt abgeschossen hatte, mit den Eiern, ähm... Hat man halt ihn etwas schneller machen können, dass er sich für ein paar Sekunden wie der da halt schneller fortbewegt. Das heißt, man konnte sich seinen Ausgang sichern. Das Dumme ist, jetzt habe ich wieder zwei Schlangen... Oh, nein, jetzt habe ich wieder nur eine im Nacken. Gut, gut, gut. Ah, ich kann das ja beschleunigen. Das ist der Vorteil, den ich mag. Beschleunige die Kacke. Hä? Und wenn man ihn auf die Schnauze trifft, wie halt im Yoshi Island... Ah, komm, sein Schwanz. Ah, ist kack. His cock. Äh, I will die. Not. Oh, nice! Oh, nice! Oh, nice! Oh, na, 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 na. It's so nice, it's so nice. Und ich kann in die Röhre reingehen. Mit dem kleinen Easter Egg, Luigi. Ähm... Genau, wenn man ihn auf den Kopf getroffen hat, dann hat er halt Schaden bekommen. Secret Ausgang, okay, passt. Boah, like a bausch. Ich trinke dabei, wat, Leute. Sollte im Normalfall rausgeschnitten sein jetzt. So, dann machen wir schnell das da. Okay, ich will keine Ups. Ich brauche die Kackenisch, ich brauche die Blume, ich brauche die Zwei und ich brauche den Töd. Okay, gut. Dann merke ich mir die zwei erstmal. Ja, okay, einen. Okay, gut. Dich habe ich. Im Visier, mein kleiner Freund. Das bist normalerweise du. Den oberen habe ich schon wieder verpasst. Hoffen wir mal, dass du es bist. Yes! Like a baus. Who is Pee Beestel? Who is Pee Beestel? Who is the baus? Who is the baus? I am the baus. And I am crazy like shit. And you know it. Willi Gala in Larry's Torpedo-Festung. Let's go. Haha, I died. Äh, you died. In front of me. Whoa. Irgendwie rasch ich hier durch, als wäre... Was zum... Ich habe ein Mini-Luigi gefunden. Irgendwie vertraue ich dem Ganzen nicht. Äh. Da oben ist ein... Da oben ist eine Röhre. Sieht man das? Ja, ganz, ganz leicht. Ich gehe aber trotzdem unten kurz rein. Weil ich vertraue dem Ganzen nicht. Ich vertraue dem Scheiß nicht. Äh. I don't wanna die. Oh, cool. Was? Ich kann das nicht auslösen. Ich kann das als Mini nicht auslösen. Ich depp. Äh. Das war zum Level Bombik. What? Dein Arsch. Junge. Gut, dann werden wir erstmal oben rumgehen. Ich will schauen, was da ist. Ja, ich brauche den jetzt eh nicht. Wenn ich eh gleich wieder klein werde. Aber das war ein geiler Zufall. Einfach nur durch Lack auf die Stelle rauf gejumpt. Genau so. Macht mir das mal nach, Leute. Echt jetzt? In der Luft? Einfach so ganzheitlich Luftjumps? Nice. Okay, was gibt's hier? Münzen. Münzen, 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 Münzen. Oh, eine Münze hab ich nicht mitgenommen. Oh, jetzt gehöre ich geklatscht. Bitslap herself. Oh. Juhuhuhu. Juhuhu. 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 Ich war in seiner Nasenspitze dran, Leute. Goodbye. Also die zweite Starkein ist wahrscheinlich unten rum. Aber wie krass war das denn jetzt? Larry, dafür wirst du bezahlen. 6,50 macht das. Mit 6,50 meine ich 6,50. 6,50. Aber vergiss die 50 Cent nicht, kleiner Larry. Die, 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 die. Ah ja, stimmt. Tut mir leid. Hab ja vergessen. Du bist ja ein A, B, C, D, E, F, G, H, Arscher. Woh. Woh. Schau an die Scheiße. Ich spielte auf dich, während du spielte. Du wirst. Du wirst. Ja, ich bin Wiener. Ich bin Wiener. Tja, die deutsche Wiener. Die macht's. Ohne Schaden, stimmt. Ich hab ja gar keinen Schaden bekommen. Wir holen uns schnell die zweite Starkein, also werde ich euch das gleich einblenden, Leute. Aber wir schauen uns erstmal an, wie er irgendwo dagegen crasht. Oder wohin, in welche Richtung. Anscheinend beim Luftschiff ist er dagegen gecrusht. Blah, blah, blah. Giftpilze. Nice. Ja, ja, speichern. Gut. Dann geh ich schnell und hol die zweite Starkein. Bis gleich. Da haben wir die zweite Starkein und da ist der Easter Egg Luigi. Und ich hab ihn sogar befreit. Au. Voll Zielsuchrakete war dat. Bis gleich zum Ende des Levels. Ich muss ja ihn nochmal erledigen. Leider. Na ja. Das Luftschiff muss kommen. Ahoi, ihr Brüder. Limonadensdschungel. Ah, das gehört zum Dschungel schon dazu. Ah, da, die Galleonsfigur, Luigi. Nice. Easter Egg, Bro. Ein Secure Pilz. Ah, da geht's rein. Das ist mir grad sowas von egal gewesen, ob ich getroffen wurde oder nicht. Ha. In your face. Aber hätte jemand da gewusst, dass da die Starkein ist? Ich hab's einfach nur gesehen, dass da durchleuchtet. Oh, oh. Knappe, knappe Sache. Früher im Mario 3D, wenn man einen solchen Bruder, Special Bruder erledigt hat, hat man ja, oh mein Gott, hat man ja auch einen Boomerang dementsprechend bekommen. Alter, seid ihr noch ganz dicht? Hier. Wie komm ich jetzt hoch? Ah, gut, passt. Danke. Und was gibt's hier? Dritte Stock. Dritte. Ernsthaft? Guck mal. Nice. Nobody can touch me. Look at that. I destroyed you. Nice. Man kriegt hier 150 Sekunden? Für den Mini-Bowser. Bowser Junior. Not your serious. Na komm, mach deinen Angriff wieder. Wie immer halt. Komm. Und bam, in your face gepondet. Au, au. Ja, ist mir grad sowas von wurscht. Ach ja, stimmt, jetzt macht er seinen Angriff. Autsch. Egal. Lame wie immer. Komm, hol deinen Torpedo raus, mein dicker Freund. Ach, in die Richtung willst du ihn ballern? Gut. Hier, schau. Und gepounded again. You got no skill, Bowser Junior. You got no skill. Oh, jetzt kommen die von oben und unten, oder? Ja, natürlich. Wie früher. Langweiliger geht's doch gar nicht. Komm, nach links bitte. Ja, passt perfekt. Und jetzt hier. Oh, in your ass. Right in your butt. Ah, you say what, what. In your butt. You say what, what. In your butt. What you wanted in a butt. In a butt. Ach, versiffte Vorhänge und alles. Super schön. Hey, er lebt noch. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus für uns, Leute. Gar nicht. Aber wir fliehen, oder? Ach, gut. Wir können jumpen. Like a bath. Like a bath. Doesn't even level alle drei. I don't care. I got all the skills. I get all the ladies laid. Like yourself, John. I'm not a lady, but thank you. Ich und meine Konversation mit meinem Hirn. Super. Juppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-Duppie-D Warum der verrückte Professor? Limonadensdschungel, Leute, im nächsten Part. Nein, es geht ja weiter, weil ich ja ununterbrochen aufnehme und irgendwie immer so zuschneiden werde. Also, jetzt kommt wieder mal eine Lache, weil wir in einer neuen Welt sind. Das muss sein. I died. Ne, Spaß.